Ein herzliches Willkommen zurück hier bei Hero Defense Haunted Island und erst einmal ein dickes dickes fettes Sorry für den ausfallenden Sonntag ich habe es einfach nicht mehr hinbekommen was das zeitliche angeht weder aufnehmen noch danach hätte ich es rendern können also ich habe gerade ein bisschen viel um die Ohren was auch meine Technikersache angeht deswegen habe ich da ein bisschen ja ich sag mal ja die Zeit hat einfach gefehlt um das zu machen deswegen gibt es die Sonntag Folge erst heute also sprich an diesem wunderschönen Sonntag ich hoffe dieser Sonntag ist schön und ja ihr könnt sehen oben rechts 609 Diamanten habe ich jetzt mittlerweile sammeln können und bevor wir jetzt aber uns ein paar neue Runen kaufen durch die ganze Aktion ich habe glaube ich jetzt bestimmt sechs oder sieben mal Schlossgarten gemacht ihr seht ich habe einiges an Punkten die ich jetzt hier verteilen kann deswegen machen wir erstmal hier ein bisschen unsere Helden upgraden mal schauen ja der Bumerang ist nicht schlecht von der Chance her und weil wir dann hier im Moment mal der kostet ach nee der kostet ja vier logischerweise richtig passt also dann gucken wir mal hier rein schade kein krieg stoßen da müsste man natürlich wieder hoffenweise Gold investieren das ist klar das würde drei kosten also eigentlich im endeffekt ist es egal was wir nehmen ich bin von der Teleportation nach wie vor nicht so begeistert deswegen schauen wir mal eben schnell reisen Angriffstempo oder halt auch Zorn Zorn wiederum macht einfach Schaden pro Talentstufe deswegen hauen wir mal einfach mehr in den Schaden rein die Bude Pumpkin jawohl da ganz klar das Granatentrio ähm oder äh hoppla äh hoppla was macht er denn oder aber auch ja ich bin ein Fan von diesen Schrapnellen ich finde sie geil ich finde sie richtig gut jetzt haben wir noch zwei Punkte können wir leider jetzt erstmal nirgendwo investieren also kein Problem hier ähm Aura Reichweite die Aura ist schon sehr weit deswegen ist es jetzt nicht ganz so wichtig finde ich Angriffsschaden ja Schaden pro Talentstufe immer gut deswegen machen wir das und zu guter Letzt unser Jack da erhöhen wir endlich mal das hier schade jetzt haben wir schon so viele Punkte übrig gehabt dann konnten es trotzdem nirgendwo ein bisschen naja egal gut haben wir hier mal ein bisschen wieder die Angriffsstärken aller Charaktere erhöht sehr schön und jetzt bin ich sehr gespannt und ich hoffe es sehr dass sich das Warten und das lange Sammeln gelohnt hat dass wir jetzt hier auch mal was Neues bekommen wir haben immer noch zwei Unbekannte wir wissen es gibt diese Rune die haben wir mittlerweile doppelt und es gibt diese Rune jetzt schauen wir mal okay boah das gibt es nicht schon wieder die gleiche Rune das ist cool auf jeden Fall das ja ja aber das ach komm echt jetzt okay jetzt bin ich richtig enttäuscht ich weiß ja nicht liebe Entwickler ob das so gewollt ist dass immer diese Rune rauskommt ähm weil ich erinnere mich diese Rune hier ich klicke mal eben weg ja diese Rune hier haben wir ja quasi gestenkt bekommen das kann natürlich auch sein das war glaube ich der Endboss Fight dass wir einfach den Endboss Fight ähm auf höhere Schwierigkeitsstufen kriegen äh killen müssen um hier eine neue Rune freischalten zu können könnte natürlich auch sein das ist jetzt sehr ärgerlich ähm vor allem denke ich mir halt ich kriege hier zwei epische eine legendäre und vier Runen und hier kriege ich eine epische und eine rare Rune und es kostet halt 100 sprich ich kriege eigentlich mehr epische wenn ich das hier kaufe weil für 300 kriege ich drei epische Runen für 300 kriege ich nur zwei epische Runen also müsste ich eigentlich äh apropos episch wieso kriegen wir keine epischen jetzt bin ich noch mehr verwirrt bis zu zwei epischen Runen naja gut bis zu muss natürlich nicht sein ne also wir kriegen vier Runen insgesamt vier Runen eine legendäre zwei epische und ansonsten mindestens seltene Runen also es ist einfach Pech für uns natürlich aber ich glaube die nächsten werde ich erstmal hier investieren weil ich glaube nicht dass wir hier noch was anderes kriegen vielleicht doch man weiß es nicht aber jetzt schauen wir mal eben und zwar bei ihr sie hat jetzt mittlerweile drei von diesen Dingern hier drin das ist das ist echt irre sie kriegt auf jeden Fall jetzt erstmal eine blaue so dann gucken wir mal hier könnten wir könnten wir die austauschen mit mit der hier gut ah ne er hat ja schon da lässt sich gar nichts austauschen hier ja eigentlich auch wenig ja ich glaube da lassen wir mal alles wer kriegt denn die Geschwindigkeitsruhne weiß ich noch gar nicht aber gut erstmal sie die Pumpkin kriegt erstmal hier noch was rein jawohl nutzt keiner Geschwindigkeit außer sie aber sie hat ja schon blau drin tatsächlich ah hier gut dann wechseln wir das hier aus na hier ist alles grün das ist natürlich doof aber vielleicht kriegen wir hier gleich noch was raus ansonsten ja ne blaue wäre natürlich auch nicht schlecht für hier hinten das wäre natürlich auch sehr sehr geil aber gut schauen wir mal was wir so rauskriegen ich befürchte nichts gutes weil wir hier halt dermaßen mischen ähm davon haben wir zwei also könnte ich mir sogar vorstellen dass wir die am meisten kriegen hau mal rein na ihr seht System erkannt und sich den geknackt toll jetzt habe ich Geschwindigkeit nochmal mit dem kann ich nichts anfangen meiner Meinung nach zumindest ich weiß nicht sie jetzt wird das hier ne ich will das hier nicht reintun ne ihr seht auch mittlerweile habe ich hier zwei ähm damit sie mehr mehr Reichweite hat wegen dem Schlossgarten einfach ähm aber ich sehe gerade haben wir alle ausgerüstet es gäbe natürlich noch die Möglichkeit das ist natürlich immens schweineteuer das will ich gar nicht erst ausgeben erstmal massenhaft runen kaufen so sieht es nämlich aus und dann schauen wir mal ich bin ja neugierig Schlossgarten das ist immer noch herausfordernd oder aber auch wir testen das aus eventuell also ich wir haben die doch hier bekommen oder ist machbar oh ne lila Schmerzruhne das ist geil wir probieren's wir probieren's jetzt wissen wir ja dass es dass wir den Grafen killen müssen und nicht äh ewige Wellen überleben müssen so wir machen dann die übliche Taktik das Schöne ist es ist grün das ist schon mal gut als erstes kommen Vampire alles klar die kommen ja hier oh wir haben hier eine Reichweite wir haben hier hinten eine Reichweite und hier haben wir natürlich die massive Power wir hätten sogar hier noch neun also wir können im Notfall hier sogar auch noch was rein investieren die Frage ist nur was ok für Orbs könnte man was oh das war jetzt sonderklug ähm für Helden hier könnte man natürlich auch jetzt hier den Heldenstand hinrichten das doofe ist von hier aus kommen wir nicht hier oben ran sonst hätte man natürlich den hier einfach drauf stellen können mit dem hier ich glaub das reicht von der Reichweite nicht aber Pumpkin hat nachher eine extrem hohe Reichweite ich bin überlegen ob ich hier einen Pumpkinschrein drauf setz wir probieren das einfach was soll schon schief gehen so ich setz dich erstmal da drauf was für eine Reichweite hast du toll ich seh's nicht ah es reicht auf jeden Fall ok immer schön bitte fokus und feiern mein Kollege und einfrieren jawoll wir müssen erstmal glaube ich ein bisschen unsere Helden pushen bevor wir hier in den Angriff gehen glaube ich das funktioniert schon mal gut ähm setzen wir sie gleich hier drauf sehr schön wir müssen gleich mal hier drauf gehen so erstmal alle sammeln den greifen wir erst viel viel später an so ah ich bin ich bin Schlossgarten gewohnt das sind die alle so schnell gefallen so er sammelt erstmal Orbs für uns sehr sehr schön oder bald ne so ich push erstmal ihn dass wir einfach die Orbs kriegen weißt du was schaffst schaffst ihr auch allein hin unten waa halt 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 okay das war halt gerade zu schnell gedrückt schnell da rauf jawoll kriegst du allein hin oder nächstes kommt die hier gleich zwar mal rein pushen so die kloppt den da oben der kann jetzt direkt nicht drauf weil der kann dann da oben mithelfen immer okay passt die kommen auch bald und die kommen auch bald mit den Wölfen habe ich eher Angst so ganz ehrlich das können wir doch mal eben ausnutzen come on okay dich brauche ich jetzt hier unten du bleibst mal hier come on macht ihn platt jawoll schön einfrieren jetzt kommt der nicht ran oder was Bullseye ist immer gut die schaffen das doch da unten oder kann das sein bei ihm brauchen wir halt hier unten ihn brauchen wir wegen den Orbs sonst kriegen wir es nicht gebacken die zu pushen ich meine gut okay jetzt hat sie hier auch ein bisschen mehr Orbs Notfall schicken wir sie mal hier hoch müssen halt ständig hinterher rennen außer er wird eingefroren sehr geil so Mr. Wolf hier drauf jawoll kommst du weiter vor dich pushen wir auch dass du mir ein bisschen mehr Schaden machst er friert ein das ist Krach da müssen wir auch gleich nochmal pushen jawoll gut dass der Flächenschaden macht das ist Krach das ist sehr sehr wichtig jawoll es sieht gut aus bisher der da oben nimmt immer wieder Schaden die Frage ist nur ob es sich auch rentiert da oben jetzt kommst du mal wieder die sind halt unten einfach gefestigt so wir versuchen es mit drei Leuten komm on haut einfach Schaden rein einmal zurückschlagen das wäre awesome das wäre richtig awesome ah jetzt nimmt er gut Schaden jawoll schön einfrieren mein Freund schön einfrieren ja nochmal zurückschlagen und wieder eingefroren gleich drauf boah hat die ne Reichweite die kann ja hier gleich drauf nur einmal zurückschlagen ja awesome so kriegt man den hier festgenagelt jetzt kommen die Vampire jetzt muss er gleich wieder runter ganz wichtig wir kriegen halt so keine Orbs das ist das Problem wenn er nicht hier unten ist das gefällt mir halt gar nicht Schrein Time so Ultimates haben wir auch ready wo kommen die kommen wahrscheinlich von hier raus ok wenn machbar erstmal den pushen nochmal komm schon komm schon komm schon yes nice super bolzen ähm ja einmal den pushen und Pumpkin auch nochmal bis zum Ultimate pushen das ist immer gut Pumpkin kann hier rein haben ihr alle gedacht nein du bleibst unten machst hier oben mir kaum Schaden du bleibst mal hier unten ich will ihn nochmal pushen auch wenn ich dann die Welle auslöse mein Gott ja das Ultimate passt hier halt jetzt nicht so gut rein Hauptsache wir ich weiß ja nicht vielleicht machen die Mobs hier auch dermaßen viel Schaden aber die kommen da hoch gar nicht oder kommen die da hoch nein der Graf ja einfrieren die Frage ist nur ob der Graf jetzt hier die auf den Graf rennen nein schade das wäre halt eine interessante Frage ob die extrem viel Schaden es ist so geil wie die hier durch rennen ähm Fokus und Feier hier gäbe es mehr Orbs ich hatte halt immer die Chance zurückzuschlagen jetzt hier noch die Reichweite erhöhen kommt es auch besser ran vielleicht knüppeln sie ihn auch nochmal einmal nieder ist halt geil wie oft der jetzt eingefroren wird das ist übel so jetzt haut sie schneller drauf schneller drauf fahren heißt öfters zurückschlagen okay hoch mit dir ganz ehrlich jetzt müssen wir aufpassen so sieht gut aus hat schon ein halbes Leben weg ähm easy going auch hier sieht es gut aus jawohl danach brauchen wir sie nochmal ihn pushen bin mir nicht sicher lieber ihn nochmal pushen so einmal tauschen hoch mit euch allen äh Pumpkit ganz ehrlich geht da ran ach das ist nur doppelter Schaden nicht Reichweite stimmt jawohl schaffst du das allein da unten irgendwie hab ich das Gefühl dass du das packst ansonsten ja easy going da unten wir schauen uns das gemütlich da oben an jawohl und ich ich spule jetzt mal vor komm hau dein Ultimate drauf das war's mein Freund blablabämm oder komm 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 packöse ja ja lach dir den Arsch ab gleich krieg ich dich ähm du noch komm du auch hoch jawohl ciao mein Freund das war's sauber fette fette Rune auf jeden Fall gekriegt ja eine Schmerzruhne äh ja ich weiß was sie kann und viel Erfahrung eventuell mhm reicht's ich weiß es gar nicht gucken wir mal aber erstmal gucken wir mal wer kriegt die Schadensruhne ich meine die blaue äh die grüne hier geht mir eh oh der zwei grüne Schadensruhne mhm ich meine klar wenn ich mal ein bisschen Schlossgarten farmen will macht's Sinn wenn sie mir Schaden macht aber im Endeffekt gerade für einen Endboss wenn man es mal so sieht ist mir dann doch lieber wenn du erstmal das so machst und das dann zack das sind jetzt im Vergleich von 20 auf 40% einfach und ganz also eigentlich sollte ich die Rudi hier hinten rein machen weil dann ist es übel eigentlich ich will auch die Mob gar nicht wir müssen glaube ich jetzt ein bisschen sparen dass wir hier hinten das zweite Feld kriegen dass er nicht nur das Ultimate auslöst sondern auch noch was anderes auslöst das ist so ein Scheiße es sind 200 wir haben jetzt 568 ich weiß es ist mega teuer aber ein paar mal Schlossgarten dann passt das das sind ungefähr 3000 irgendwas sind es kriegen wir hin Gebäude müssen wir natürlich auch noch ein bisschen upgraden aber wie gesagt diese ganze Schlossgarten Farmerei das werde ich dann einfach nebenher machen das nehme ich nicht mit auf weil das wie gesagt das möchte ich euch nicht antun fünfmal am Tag Schlossgarten das macht ja wenig Sinn so wir können natürlich auch den Fluch ein bisschen erhöhen denn er wirkt dadurch schneller und hält länger und die Chance ist natürlich auch höher ne er hält nicht länger logischerweise der Fluch wirkt schneller sorry leg dich nicht mehr an der Hexe ein beschleunigt die Fluchdauer beschleunigt die Fluchdauer so dass du mehr Orbs in kürzere Zeit einsammeln kannst es besteht eine geringe Chance dass Gold fallen gelassen wird also ist auf jeden Fall nett nehmen wir mit und ich würde sagen zeitlich gesehen reicht es eigentlich für nichts mehr deswegen sind wir schon wieder am Ende einer Folge wie lange es noch gehen wird kann ich nicht sagen ich habe eigentlich gehofft dass wir hier die Runen kaufen können aber irgendwie dreimal die gleiche Rune bekommen ist ein bisschen doof ich bin mir auch nicht sicher ob ich das jetzt nochmal versuchen soll mit den 300 mal schauen auf jeden Fall noch ein paar Sternchen sammeln gehen und wenn es euch gefallen haben sollte gebt den da mich nach oben dann weiß ich da Bescheid ansonsten nutzt die Kommentarfunktion vielleicht habt ihr eine bessere Idee wie ich denn zu diesen epischen Runen komme ansonsten wie es weiter geht das seht ihr dann einfach beim nächsten Mal wieder macht es gut haut rein und ciao 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020